Ich hatte so ein Shirt angehabt von ihrem Clan, ich wusste nicht wer sie heißt, wie sie heißt, wer sie ist. Ich habe nur gewusst, dass Stylo mit ihr kurz geredet hat, also Stylo kennt ihr ja. Darf ich erst mal, schreibe ich ihn an, dann habe ich erst mal ihren Clan gestalkt, dann habe ich auch ein Bild gefunden, wo du drauf warst und dann warst du ja da verlinkt gewesen. Dann bin ich auf dein Instagram gekommen, da habe ich dich angeschrieben, ja und dort habe ich es dann alles entwickelt, dann habe ich sie angeschrieben, wir haben geschrieben und sie hat mir auch geantwortet, ne? Ja. Ja. Ich habe erst mal, denn er hat so geschrieben, so, ja, hey, Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten, da habe ich sowas gepostet. Ja genau, warte, ich habe dich ja erst drei Wochen später oder so angeschrieben, ich wusste nicht, ob ich dich einfach so anschreiben soll, ich habe dich ja einfach nur angeschrieben, weil du irgendwie 10.000, was hast du geknackt? 10.000 Abonnenten, da wollte nur meine Abonnenten haben, Leute, also wo hat 10.000 Abonnenten Ja. Ja. Ja, 10.000 Abonnenten. Auf jeden Fall war er da noch gut bei ihm draußen. Ja, ich war absolut auf Rille. Ich war absolut auf Rille. Aber auf einmal, keine Ahnung, drei Uhr nachts und einfach eine, das waren locker acht Minuten, oder? Ja, acht Minuten Notiz habe ich da geschickt. Es waren acht Minuten WhatsApp im Sprachen und Feed, dass sie mich halt für süß findet und voll mag und so. So richtiges Liebesgeständnis war das fast. Acht Minuten. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, ich bin ganz kurz davor, das abzubrechen. Boah, scheiße, soll ich das jetzt abbrechen? Nein, oder? Ich wollte nicht so als dieserjenige rüberkommt, der sagt, oh, ich liebe dich, weiß nicht was. Ich will daraus bestehen, dass ich dich filme, weil du einfach so süß bist. Ich will nur mehr so eine ganze Zeit aufschreiben. get out here for real Die ist kaputt. Zu viel Fast & Furious geguckt. Alter. Der hat einfach einen Raketenwerfer. Oh mein Gott, was ist mit dir? Ich bin echt mein letzter Gegner. Sei mal bitte leise, Alter. Ah, mit dir habe ich gerade verloren, Alter. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, Alter. Ohne Witz. Laura, kein Scheiß. Alter, es war mein letzter Gegner. Er war so low, ich hatte Highground. Kein Witz, Mann. Als ob. Du bist der Wahnsinn, ne? Sorry. Du bist echt der Wahnsinn. Sorry. Egal, hast du ein gutes Video. Leute, das ist gerade nicht passiert, oder? Es ist gerade nicht passiert. Es ist gerade nicht passiert. Sorry. Sorry. Ich hätte den Easy gehabt, ne? Wie viele Kills hast du denn gehabt? Drei. Schatz. Schatz. Ich hatte Highground, alles. Der hat mich nur mit der Raketen vollgebr... Oh mein Gott. Aber Schatz, du kannst doch ein geiles Video machen. Dieser, einfach... Er hatte den größten Timelack seines Lebens gerade, ne? Also Schatz, das ist jetzt nicht böse gewesen, aber... Alter, ich war gerade so unter... Ich zitter voll, Mann. Sorry. Alles gut, Mann. Mach draußen ein Video. Wegen Freund, epischer Sieg. Prank. Schreib jetzt ein Prank. Mach draußen ein Video. Ich mach da definitiv draußen ein Video, Mann. Alter, wie... Ey, das wollte ich nicht, Mann. Sorry. Ich hab gedacht, du bist gerade noch irgendwie Battle-Pasten so am Gucken. Die Jungs. Hat es jemanden geklebt? Ey. Jetzt komm ich mir voll scheiße vor. Alter, das hast du gerade echt nicht gemacht, oder? Ey, sorry. Ey, Leute, alle deswegen... Die ganzen Leute haben mir geschrieben, pranks sie mal, pranks sie mal. Ey. Ich hab dich eingeladen, komm mal rein jetzt. Ich hoffe, irgendjemand hat einen Clip gemacht, Mann. Was geht ab, mein lieben Freund? Euer Hyni und herzlich willkommen zu einem Foot-Draft mit meiner Freundin. Hi. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal erstmal direkt zur Aufstellung. Und, ja, die kann sie auswählen. Also, welche willst du? 4, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2. Die Nummer 10. Die? 4, 4, 2? Okay. Ja, wie du es sagst. Okay, Leute, und jetzt startet der Timer bei Ja. Okay, bist du bereit? Nein. Doch. 1, 2, 3. Let's go, Alter. Let's go. So. Wähl aus. Wähl aus, Schatz. Mach. Du musst alle Positionen machen. Nimm doch jetzt einen. Oh, nimm den Glatzkopf. Ich fass es nicht. Du machst mich nervös. Ich chill doch. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich chill doch, Schatz. Ja, wir sind 50 Sekunden vergangen. Oh, hier haben wir natürlich eine super Auswahl bekommen. Der Gimbat hier am Start. Wir werden so eine Kack-Chemie haben, ne? Ja, deshalb. Ich bin nervös. Versuch das Beste zu machen, Schatz. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Woher der Spieler kommt. Ja, ich versuch's. Also meine Freundin versucht sich so langsam ein bisschen in den Ultimate Team reinzufuchsen. Kennt sich natürlich noch nicht optimal aus. Aber so ein bisschen habe ich ihr schon beigebracht mit Chemie und sowas. Aber das wendet sie ja gerade hier perfekt an. Da war noch den Inui. Und es geht weiter mit dem rechten Mittelfeldspieler. Ja, bis Sam hat noch nicht die beste Ausbeute bekommen. Also mittlerweile sind 50 Sekunden um. Kein Stress. Du hast genug Zeit. Alle Zeit der Welt. Du machst mich schon ein bisschen nervös. Okay, ich lass dich einfach jetzt in Ruhe machen. Tut mir leid, dass ich so gestresst hab, Leute. Ja, alles ganz gechillt. Also wie gesagt, ihr könnt aber auch gerne bei ihr vorbeischauen. Sie zockt auch Weekend League. Ihre Videos sind durch die Decke gegangen mittlerweile. Ohne Witz, das hätte ich niemals gedacht. Sie zockt Weekend League und das Video geht einfach durch die Decke. Heftige Scheiße auf jeden Fall. Oh nein, oh nein. Ja. Nein, nein. Ich hab nichts. Ach, scheiße. Okay, das war jetzt ein kleiner Tipp. Ich wollte mich so nehmen, wenn Leute zu schütteln. Okay. Ja. Ähm. Oh. Oh, Leute. Ihr wisst, wen ich nehmen würde. Ihr wisst es. Ich hab nix gesagt. Also die Hälfte der Zeit ist um, Schatz. Du bist gerade richtig am Trödeln. Brr. Ach, Gott. Was? Hä? Was soll ich denn nehmen? Nein. Okay. Da weißt du schon mittlerweile Bescheid. 1,45 ist um. Du hast noch 1 Minute 15 Sekunden Zeit für die komplette Auswechselbank, ne? Das ist nicht der letzte Spieler. Schimmer, 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 schimmer. So, jetzt geht's noch runter auf die Auswechselbank. Jetzt musst du hier alle Positionen machen. Ja, ist doch okay. 1 Minute hast du Zeit. Das heißt, du kannst für jeden Spieler maximal... Mama, 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 Mama. 5 Sekunden für jeden Spieler. Mama, Mama, Mama. Berückt. Mach weiter. Ja. Was ist denn da los mit dir, ey? Ich weiß es nicht. Meine Güte. Chill, 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 chill. Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Naemi hier. Und herzlich willkommen zu meinem nächsten Fortnite-Video. Ja, Freunde, heute gibt es nach, glaube ich, 3 Monaten Pause das erste Video wieder mit meiner Freundin zusammen in Fortnite. Wir haben so geil als Team gespielt. Und gibt es eigentlich auf YouTube oder generell auf Twitch ein Duo bzw. ein Paar, was in Fortnite zusammen spielt und sogar sie geholt und rasiert? Ich weiß es nicht, Leute. Deshalb lasst schon mal jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Checkt das Video auch gerne bei meiner Freundin aus. Da könnt ihr sehen, wie sie gespielt hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich will gar nicht zu viel drumherum labern. Viel Spaß, Leute, mit dem Video. Let's go, Alter. Das ist ASMR. Auwa. Ich bin ein kleines Arschloch. Das ist ASMR. Auwa. Schatz, ich hab den Bug. Ich kann nicht springen, ne? Ich kann alles andere drücken. Ich kann nicht springen. Du schwörst dir. Das ist zu krass. Weißt du, wo ich grad hinfliege? Das ist voll der Bug. Ich bin noch im Flieger. Ich fliege grad außerhalb der Map. Ja. Hä? Ich bin unter der Map. Lol. Lol. Ey, ich schmeiß... Oh mein Gott, jetzt bin ich runtergesprungen. Hä? Was ist das denn? Ey, Schatz. Ich bin außerhalb der Map. Ich fahr... Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Ich bin gestorben. Dann Dustin mit scheiß Loot, Mann. Loot gut. Wahrscheinlich ist Dustin der Loot gut, ne? Du bist auch nirgendwo anders gelandet. Du kennst den Loot von den anderen Städten gar nicht. Bei Dustin find ich geil. Da gibt's viele Kisten. Da gibt's Holz. Da gibt's diese Steine, wo du wegspringen kannst. Und da kommen auch ein paar Gegner hin. So heißt... Ohne Scheiß, wenn ich... Guck mal, hier ist scheiß Loot. Hier liegt einfach ein verdammtes... cỡ! Von mir kommt. Fabien. Nein, er hat ne Falle. Falle. Nein, 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 nein. Nicht reingehen, Fanbe. Mit ganz normalen Zimmerflossen. Macht das nicht deine Mama? Springen kannst. Und da kommen auch ein paar Gegner hin. Ohne Scheiß. Guck mal, hier ist scheiß Loot. Hier liegt einfach ein verdammtes... Hier kommt's. Fabien. Nein, er hat ne Falle. Falle. Nein, nein, nein. Nicht reingehen, Fanbe. Mit ganz normalen Zimmerflossen. Macht das nicht deine Mama? Der Typ, der bei dir war, der muss ja auch irgendeiner sein. Ja, ja, der ist hier. Oh, das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Bau, bau zu, bau, bau, bau. Hab ihn. Beide? Ja. Als ob. Wir kommen erstmal in die Zone, ich gebe dir ein Bigness. Lass uns mal am Rand der Zone bleiben, ja? Ich würde sagen, wir gehen erstmal darüber und schauen, dass wir etwas zu verbinden über mich finden. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Hallo, der ist weg, der ist weg. So, wo ist dein Kollege? So, vor uns. Voll, perfekt, das ist gar. Und Medipack, brauchst du es hin? Ich habe keinen Medipack, es war... No! Wenn du, 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 wenn du es um das spät Jawoll!